ja ja hier hallo hey ho jippie jay jay mal schnell umschalten startet eins so ja hallo und herzlich willkommen zurück zu der guardian legend für das nes von 1986 auch heute gibt es wieder ein gutes like heim zwickl keller wieder zu ich spule hier mal das passwort mal ein bisschen schnell vor weil es schon mal nervig zwei buchstaben noch und dann hoffe ich dass alles chico banane ist tatsächlich hätte das gedacht so schauen wir doch noch mal schnell wo wird eigentlich hin müssen oder soll man noch schnell was kaufen kann ich jetzt noch was kaufen das war doch hier rechts ich weiß auch jetzt nicht mehr so ganz genau wie man da hinkommt aber ich glaube da habe ich doch 300 chips gebraucht ne ich glaube da können wir es noch nichts kaufen warte mal wir gehen jetzt zum korridor 12 haben wir das letzte mal gesagt jetzt machen wir erstmal den scheißdreck hier fertig wollen wir uns um den nächsten scheißdreck kümmern wo bin ich jetzt bin ich hier ne buch hoppala hoppala ne ne das ist doch ja auch schon wieder nicht richtig oder ich bin ja mal sehr verwirrt irgendwie akkurator 12 das immer doch so warte mal welche waffe nehmen man damit das war das noch mal hier ja jetzt ist mir mal mit ja ich bin doch dumm so korridor 12 ja wenn man sich da ein bisschen eingespielt hat da ich glaube da kommen wir jetzt so schnell jetzt langsam vorwärts wo alte das ist jetzt schon hardcore fast hier ist das jetzt so weit dass das so schnell auf einmal läuft ich bin ich gar kein gegner mehr auf geht es ja toll wo ist alter ich es nervt es nervt mich jetzt schon wieder ja das ging schon wieder nicht und bitte hat ich bist die ganze kommt gar kein gegner darauf einmal tausend auf einmal wieder nicht weil ich halte sich für die falsche waffe halter das war jetzt kommt der boss bei wenn ich mich doch bitte den feuerball hier den hatten wir doch schon mal oder das letzte mal ich glaube ich probiert jetzt kaum hat man bei geparkt gepimpt die waffen und so weiter läuft die kiste nicht doch nicht am sack kurzer teil kurzer teil der korridor 12 war das jetzt damals diesmal feil gespielt nix ich glaube mehr zu sehen gibt es da jetzt kann das wenn ich sie gar nicht einsetzen ich kann das benutzen ich glaube ich mach gerade irgendwas verkehrt ich könnte sie benutzen was ist das halt bitte einfach ab wir können jetzt hier mal kurz speichern das wird es wundert warum ich mit dem ding da nichts machen kann das lässt du mich irgendwie einsetzen wo ist das in meinem flugzeugmodus ding wir wollten jetzt nach unten links müssen wir jetzt wir haben jetzt in diesen hagen noch bekommen das letzte mal ja da kann ich auch noch mal speichern ich habe aber noch mal schnell was mir hier noch wo ich entdecken kann da geht es ja das sind dann zwei gleich nebeneinander aber ich wollte eigentlich noch mal gucken ob ich mit schnell noch irgendwo wo geht die liebes gegen hier man kann nicht noch mal schnell irgendwo seine waffe oder was finden kann ja hier gibt es doch was ja gleich einmal das lichtschwert hier wieder oh oh ich glaube ich verkack's jetzt ne oh wie ist verkack's alter und dann verkack ich doch mit so schlimm was habe ich da jetzt gekriegt ähm 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 400 chips geht jetzt aber eigentlich schon bock dann jetzt erst noch mal zurück zu laufen und das andere grafik zu kaufen ich glaube das machen wir auch jawohl alter genau dann speichern wir jetzt mal da oben und dann sehen wir uns nächste woche wieder wenn es wieder heißt es ist wieder der guardian legend time wie jede woche gibt es ja auch super mario color paper mario color splash ne wobei das bockt halt schon irgendwie richtig ne so eh nicht gezockt ne so 1986 bis jetzt ne da sag ich mal wieder vielen lieben dank fürs reinschauen zuschauen was das andere ist muss ich mal in der beginnungsanleitung gucken da ist ja ziemlich viel beschrieben dann tschau wieder mal schönen sonntag euch noch hab euch lieb Bussi und 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 und